Erlös Künstler und der Review ist für euch wieder am Start. Junge, hör auf! Ja, wir spielen Dead Space 3 Koop und ja, wir mussten gerade eben ein bisschen dasselbe durchmachen, was ihr gerade im letzten Display gesehen habt. Und äh, es ist schon oll. Das ist echt komisch. Ich habe auch hier, was? Ich habe auch in meinem Safe, hier habe ich diese Waffe. Diese Sonnenwaffe habe ich in meinem Safe und in meinem Inventar. Richtig komisch. Safe-Inventar und Rick-Inventar. Ich habe die immer noch hier. Ich habe die gerade so mutiert. Also wir müssen Ellie wetten und so und den Typen da. Und ich warte auf Dom. Ja, ich fahre in der Bank, du Lapo. Ja, komm. Ich komme ja schon. Und da. Kommt du was? Nein. Das ist gut. Warte, ich gucke mal noch, ob hier was ist. Liegt da was? Und ob wir das schon... Jaaa, liegt da. Das haben wir ja anscheinend noch nicht genug. Um die Ecke. Oh. Sucha-Bot. Sucha-Bot. Du- Du- Du... Du- Du- Du... Der wollte doch irgendwann hier, oder? Hier, genau. Hier. Nee, der will nach oben. Der will nach oben. Bei meiner will genau hier hin. Nicht am Ernst. Ja okay, super. Bei meiner nicht. Bei meiner will nach oben. Komischer Typ. Ja. Wir fahren nach unten. Egal. Ist doch egal. Hier ist dieser Gang. Nein, wir sind nicht hier fallen. Scheiße. Wie gesagt, wir müssen zurück. Hab ich gesagt? Ja, Biawa. Ich bin mal wieder nach oben, what the fuck. Ey, mach. Ich bin noch am Aufzug, Mann. Ich bin aber wahrscheinlich genug am Aufzug. Blablabla. Ey, ich kann dich nicht abschießen. Ne. Ich dachte gerade, es geht aber, wenn ich drücke, dann... Oh, Gott. Wo willst du jetzt hin? What the? Ey, wir sollen schon wieder hier rein? Ist der doof? Ja. Also, ich hab dir verstaut. Ich hab mir auch verstaut. Du bist ja langgelaufen, Mann. Ey. Du meintest, du wartest auf mich in dem Dings. Du willst mich schon verarschen, ne? Du bist als Erster reingegangen. Ich bin dir hinterhergegangen. Was? Hä? Ich bin dir hinterhergegangen. Du bist in den Aufzug gegangen. Also bin ich auch in den Aufzug gegangen. Ich war in der Bank und du meintest, dass wir da in den Aufzug gehen. Deswegen meintest du, du wartest auf mich. Ja, für mich war aber kein anderes... Er fucket. Ist doch jetzt. Ja, ist doch egal. Ich bin auch daran gegangen, ja. Aber trotzdem. Na los. Schön. Außens, außens. Ui. Guck mal, was ich gefunden habe, ey. Guck mal, hier sind richtig viele Kisten. Und ich sehe einfach nix. Stimmt. Das ist richtig. Wirklich viele Kisten. Das ist einfach... Weißt du, jetzt ist das Spiel immer richtig dunkel, weißt du? Weil ich einfach gar nix nirgendwo erkenne. Ne, hier ist ne Bank. Super. Super, Leute. Ich denke, wir müssen hier. Da, somat geht, Alter. Wartet, Partner, wartet. Oh. Oh. Hä? Warum sch... Warum steht denn da einfach so? Warte. Ich muss mal... Also x war das. Ah. Okay. Was? Diese... Diese Sequenz. Ich verstehe das Spiel manchmal echt. Manchmal ist es echt verbuggt. Also... Ja. Das muss man ihnen schon lassen. Eigentlich hat er was gesagt. Guck. Die schießen doch auf uns. Ey, das ist verbuggt, Mann. Ich mach die Mission nicht nochmal. Es ist verbuggt. Eigentlich sollte er was sagen. Zu uns. Was? Bei mir redet er. Oh. Bei mir nicht. Was wir berühren. Kontaminieren wir. Die Marker hatten einen Plan für uns. Aber wir nahmen das, was ein großartiges Geschenk war. Und pervertierten es. Ich will ersparen uns diesen Preis. Ich verbrachte mein Leben damit, die durch die Menschheit angerichteten Schäden rückgängig zu machen. Ich bekämpfte Earthgafs fortlaufende Forschung. Befreite die Marker aus diesen gottlosen Testanlagen. Und jetzt? Habe ich nur noch ein Problem zu beseitigen. Sie alle. Nein, nein, nein. Sie versprachen mir ein Schiff, Danny. Wir hatten ein Deal. Ja, tut mir leid. Aber ich kann nicht auf nur einen von ihnen gehen. Ich entschuldige mich für die Ehre. Also du hörst was? Ja. Aha. Das ist interessant. Nicht so, dass ich da nehmen wollte. Hier. Ich bin hier raus. Boah. Ich kann mich nicht bewegen, ne? Ich bin tot. Was? Ja. Ey, was? Was ist das denn jetzt? Ich bin einfach gespawnt und war direkt tot. Ah, okay. Nicht so, was? Irgendwie seit unserem Speichern ist das Spiel verbuggt. Ja, das stimmt. Ist fast tot. Okay. Ich habe nicht gesagt, dass der Typ nicht aufbessert wird. Oh, scheiße. Ja, bitte. Kann man nicht schlafen. Mensch, ich glaube nein. Alles geht nicht. Tschüss. Ey, Mann. Ey, der hat da links ein gelbes. Ey, Mann. Ey, der hat da links ein gelbes. Und so. Ey, du machst die kleinen Flücher platt, ne? Ja, 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 ja. Wo bist du denn? Ich versuche, bei dem Teil auszuweichen und zu überleben. Ah, da. Ich bin am sterben. Also, ich meine, reingezogen werden. Ja, das ist gut. Sehr gut. Blame both dark. Ich hab eigentlich. What the hell? Oh shit. Bitch. Ich bin ausgewichen. Super. Ich bin hier irgendwo erreicht. Und es war stylisch aus. Doch, da drinnen. Ey, nein. Ich glaube, es hat mich umgebracht. Man muss das weg. Du bist... Ey, nein. Ich hab ein Black Screen. Ja, ich auch. Oh, ich lebe noch. What the fuck. Okay. Das ist echt eklig. What the fuck. Ich denke, wir müssen das abschießen. Ja, ich lad grad nach. Und schmeiß mein Magazin einfach mal hier rein. Ich hab kein Magazin. Wie, hast du auch keine Muni mehr? Nee. Warte, ich geb dir mal welche. Cool. Ah, da. Oben. Ja. Jetzt hab ich keine Muni mehr. Ich hab dir alles gegeben. Nee. Doch. Ey, noch das unten. Warte, vielleicht schaff ich das noch irgendwie mit meinem... Ich hab drei Schüsse, ja. Lol. Ich hab dir doch so viel Magazin gegeben. Tapferkeit im Gedämpf. Ui. Das ist wundervoll. Jetzt konntest du nicht raus, oder was? Ich denke schon. Boah, ist das eklig, Alter. Ja, schon ein bisschen. Boah, ist tot. Hallo, ja. Weil wir irgendwas im... Darm irgendwas gemacht haben. Ey, was soll das? Oh, scheiße. Oh, ey. Oh, ey. Okay. Danke. Danke. Oh, scheiße. Kommen Sie. Er wird nicht lange tot bleiben. Nicht hier. Wie soll ich das ehrlich erklären? Hey. Sagen Sie ihr die Wahrheit. Und jetzt weg hier. Also, wir haben ihn umgelegt. Ja, endlich mal. Meine Fresse. Der Typ hat echt genervt. So. Ich hab bitte, weil sie nach den Sternen greifen. Sucher Bord. Wo? Halleluja. Oh, nee, nee. Das wollte ich nicht. Ist so niedlich, ne? So. Ich hab nur noch zwei Schuss. Aber nur auf meiner Sekte. Können wir auch hier rein? Hey. Ich hab irgendwas mit... Hohnen. Ja. Mach mal. Guck mal, hier ist ein Generator und eine Bank. Da können wir eigentlich Munition holen. Mach mal. Das ist hier nur eine Bank. Super. Ja und? Nein. Kleine. Einfach mal Munition herstellen. Oh, ein Sucherbot sind zurückgekehrt. Uh. Wolfram. Eine... Erweiterte... Neatflinte mit idolischem Ausbreiter. Modifiziert. Flammschaden und so. Hui. Hund. E1. Dax. Genau. Das hab ich auch. Ne, Mann. Ne, Mann. Ne, Mann. Ne, Mann. Ich kann mal hier... kompaktieren und drehen einschalten. Schwerer Stellung. Gibt gar nichts, ja. Gar nichts, einfach. So, kann ich mal machen. Jetzt mal Munition einfach mal machen, also erstellen. Ja, mach ich auch. Das ist jetzt nicht viel. 100 Altmetall, ja. Kannst du mir jetzt, ja. So, ich hab 50 Clips. Das ist, ich denke, das reicht. Ich hab keine Ahnung, wie viel ich hab. Warte. Und ich hab hier. Ja, ich habe 60, okay. Das reicht auf jeden Fall. Oh, Platine. Ui. Lol, die ist krass. Die hat plus zwei Schaden und plus einen Nachladen. Also beides. Das ist ja geil. Erstmal ausgleichen. Warte, dann mach ich dich. Das ist voll die, voll die fette Platine, Mann. So, wow, super Platine. So. Oh, nicht. Warte, was ist das? Ein Schaden. Was macht das? Zwei Schaden und plus zwei Dings. Nachladen, glaub ich. Ja, plus zwei Schaden plus einen Nachladen. Schaden. Das ist ein krasses Teil. Okay. Na, das stimmt. Okay. Ich mach das mit meinen Bolzen. Till mit die Bolzen. Okay. Ich hab das an mein Oberes gemacht. Jetzt roll ich mich den Weg entlang, ganz gechillt. Ich bin schneller mit ihm. Das ist ne Lüge. Hallo. Dieses Lächeln. Ey, ihr habt verschiedenfarbige Augen. Ja. Das funktioniert. Ich hab ihn erschossen, Allie. Was? Tut mir leid. Aber ich hatte keine Wahl. Norton hat uns verraten, Allie. Er wollte uns töten. Isaac hat getan, was wir tun mussten, um die Mission zu retten. Ich... Ach, kommen Sie. Wir müssen weiter. Jetzt sind nur noch wir vier übrig. Ich kann das nicht. Dann lassen wir sie zurück. Wenn sie sich nicht zusammenreißen, sind sie eine Gefahr für alle. Eiskalt. Sie sind ein Monster. Niemand wird zurückgelassen. Hey, kommt. Gehen wir zur Spitze dieses Berges. Zusammen. Zusammen. Niemand außer Robert. Oh, was ist das denn? Warte, liegt hier noch irgendwo was? Ja doch, da. Kissen. Was ist das jetzt? Halten. Okay. Wird gehalten. Wird gehalten. Ah. Wird gehalten. Wird gehalten. Wird gehalten. Was tut er da? Was tut er da? Ich will auch. Geil. Ja, Mann. Wir können da jetzt irgendwie hochnehmen. Oh, cool, Alter. Ich bin... Wir lösen eine Lawine aus, wenn wir alle versuchen, hochzuklettern. Was machen wir jetzt? Ich klettere zuerst hoch und zieh mich um. Vielleicht gibt's einen sicheren Weg. Okay, du bist recht. Lass mal Plätze tauschen. Dann sind unsere Seile wieder richtig. Dann geh nach rechts. Ja, hab ich nicht gesagt. Was ist, wenn ich jetzt... Ich geh hier einfach hoch, weil das ist auf meinem Bildschirm voll... Oh, eh. Hey. Dieser Sprung war da. Ist schon da? Ja. Ah, ich seh' dich da. Ei, dieser Sprung. Ich muss da hin. Wird gehalten. Wird gehalten. Ich bin sauber. Ah, jetzt. Was jetzt? Ist doch das normal. Ey. Keine Ahnung. Das erste Mal weiß ich nicht. Okay. Jetzt fallen so Sachen runter. Irgendwie. Und... Das sieht so gesund aus. Das ist auch nicht. Ich hab das Gefühl, es wird schwerer. Das ist aber nur so'n Gefühl. Oh, ich... Oh! Komm! Genau auf dich, ey! Hallo. Genau auf dich, ey! Ja, es ist einfach so neben mir. So einfach so. Läuft bei dir. Oh, lol. Los, du schaffst das, Isaac. Na, ich bin jetzt. Ich war vor dir da. Hey, komm. Ich war... Ja, komm schon. Morten hat mich mit deiner Waffe bedroht. Es tut mir leid. Machst du das etwa besser? Machst du das etwa besser? Du hast nie an mich geglaubt. Oder an diese Mission. Oder an uns. Ich müsste mir jemand anderes suchen, der mir hilft. Und jetzt ist derjenige tot. Du hast es sabotiert. Genau wie alles andere auch. Was soll das denn heißen? So denkst du wirklich über mich? Ja. Sie haben dich mit vorgehaltener Waffe hergebracht. Ansonsten wärst du nicht hier. Ich bin nicht hier, weil mir jemand eine Knarre an die Schläfe gehalten hat. Na ja, Morten ist tot, weil jemand ist bei ihm genauso geöffnet. Oh. Super. Ich sollte mal nachladen. Ey. Ich fahre schon. Ah, warte, ich mach... Du, netter hoch. Achso. Dann mach du. Was? Ich hab das doch nicht gemacht. Nein, ich hab's nicht gemacht. Lol. Hab ich auch gedrückt. Jetzt. Da ist was. Ähm. Schieß es einfach. Habfakt. Ich will raus. Ja, so. Das ist gerade weggeflogen. Hast du auch diese Geräusche, als wenn ich mit einem Messer schleifen würde oder so? Auch Standardpunkten. Kompakter Standardrahmen. Altmetall. Loll. Der hat sein Messer hinter dir. Und. Super. Im Portaumation. Hinter dir. Locken. Scheiße. Oh Gott. Hinter mir. Ich muss nachladen. Ja. Alter. Meine Waffe ist immer so stark. Das ist echt. Was hast du denn für eine Waffe? Das, was du eigentlich hast. Ja. Also ich bin jetzt fast ganz seit dem Bolzen. Ich auch. Das ist so awesome. Oh. Oh. Got it. No problem, Houston. Ey, manchmal habe ich einfach keinen Nachladestauen von der Waffe. Das ist richtig strange. Also ich schon. Ach lol. Wer will das für kompakter da haben? Ey, wieso findest du so die ganze Zeit Sachen und ich guck hier rum und. Ey, WTF? Wir müssen ein. Nein. Ah doch. Ich war gerade da. Wir müssen hier. Ey, ich habe was gefunden. Oh, Vorschuf gespeichert. Endlich rein. Hey, ich habe hier einen Frachtkäfig gefunden, aber er hat sich im Felsen verkeilt. Das ist ja gut aus. Wir versuchen ihn loszulösen und nach unten zu schicken. Wie? Hörst du mich? Wir sehen ihn. Kommen Sie, Alli. Ich habe gerade da. Ach, da. Das kann man wirklich hier sehen. Und jetzt habe ich keinen Platz mehr von Munition. Was ist das für alle Scheiße? Es ist mir so, ja, ne. Der Käfig ist jetzt unterwegs. Alli, kannst du ihn sehen? Ey, ein paar Mädchen raus schmeißen. Alli. Alli. Ähm. Geht ein. Was ist da unten passiert? Ich habe dieses Geräusch gehört, wenn ich mir etwas aufheben kann. Ich auch. Aber das werden wir in dem nächsten Part von Let's Play The Space Lie sehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auch. Ich habe das Video.